Halt, noch nicht wieder einsteigen, wir brauchen euch schließlich noch John Beauvoir und seine Band. So manche Oma würde wahrscheinlich bei deren Anblick erschrecken, aber die Punkzeit hat John Beauvoir längst hinter sich gelassen und inzwischen ist er sehr viel ruhiger und relaxter geworden, richtig freundlich. Auf seiner neuen LP spielt er übrigens alle Instrumente selbst, auf der Bühne geht das natürlich nicht, da braucht er seine Band als Verstärkung. 3, 4! 3, 4! 3, 4! 4, 5! 4, 5! 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 6! 9! 9! 10! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.